Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 18. März. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wenn Sie heute nicht genug von mir bekommen können, dann schalten Sie heute Nachmittag einfach zum Live-Event bei unserem JFD-Webinar, JFD Insights sozusagen von 14 bis 15 Uhr. Da werden wir heute sozusagen Teil 1 des Konzepts der technischen Analyse in Sachen Trenddefinitionen vornehmen. Wir können uns vornehmen, uns vorknüpfen vielmehr, aber jetzt wollen wir uns mal dem Markt widmen und hierbei habe ich Ihnen speziell den Euro gegenüber dem Austral oder mitgebracht, der gepaart hier mit der Saisonalität ein sehr interessantes Setup aufweist. Wir schauen mal kurz auf den Tagesschart, der sich hier wie folgt darstellt. Da hatten wir unlängst, nachdem es eigentlich hier hätte aufwärts gehen können, aber hier mit Bruch dieser Aufwärtstrendlinie und signifikanter Unterschreitung, insbesondere Kerze hier vom 22.02. hat sich der Bias gedreht. Die Ideen dann eben hier tatsächlich weiterfallende Preise, leichte Erholung, die nicht erfolgten, hätte man zum Short-Einstieg nutzen können. Neues Tief, was dann hier speziell am 1.03. folgte, war per se die Einladung für weiterfallende Preise, die hier beinahe bis zur Unterstützung reichten, die hier im Bereich 1.44.15 liegt. Die Unterstützung wurde jetzt nicht ganz erreicht, aber wir sehen, das Währungsparingt hier derzeit mit der Vorherrschaft, also wohin jetzt hier die Reise am besten gehen soll. Und es ist im Hinblick der Saisonalität anzunehmen und Sie können sich an den Austral-Dollar-US-Dollar-Einschätzung vielleicht erinnern vom Beginn der Woche. Da ging es eben darum, dass der Aussie, also hier eine bullische Phase vor sich hat, was hier beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar, wenn der Euro jetzt nicht extrem outperformt, hier natürlich im Sinne der Cross-Prayer-Differenz sozusagen ganz klar abwerten muss, sprich ein starker Austral-Dollar führt den Euro gegenüber dem Austral-Dollar nach unten und das scheint hier tatsächlich auch saisonal sich weiter fortsetzen zu können. Wir haben, bevor wir uns hier, hoppala, bevor wir uns hier die saisonalen Facts mal anschauen, auch noch die Tatsache, dass wir hier an dieser Aufwärtstrendlinie wohlbemerkt seit Sommer 2012 sind. Hier gab es einige Auflagepunkte, hier das Tief im April 2013 hat nicht ganz gereicht, aber hier starker Support im Frühjahr 2015, dann hier nochmal ein Test, diese Trendlinie im November und jetzt eben jüngst der Angriff auf diese Trendlinie und wenn wir diese unterschreiten, meine lieben Zuschauer, und danach sieht es saisonal aus, dürfte sich hier weiteres Abwärtspotenzial entfalten. Ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Wie sehen denn die Facts aus? Wir haben hier beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar die Situation, dass wir hier beginnen mit dem heutigen Schlusspreis. Man könnte auch die Sonntags-Opening nehmen, beziehungsweise die Montagseröffnung als solche. Diese verweist hier praktisch vom 18.03. und da gehen wir gleich dann mal auch in den Tagesschart, bis hier zum 11.04. eine saisonal shortige Tendenz, die hier in den vergangenen 21 Jahren ganze 16 Mal zu einem Erfolg führte. Hier haben wir eben eine Quote von über 75 Prozent, insofern ist das Raster aufgegangen. Und hier sehen Sie die ganzen Trades während der letzten 21 Jahre. Das ist schon ein Knaller. Und genau während der Zeit eben hat sich das genauso wiederholt. Und das führte hier in Summe zu einer entsprechenden Performance, die sich hier sehr, sehr eindrucksvoll darstellt. Sie sehen hier die konsequente Aufwertung und hier eben den Umstand, dass der Markt hier ganz klar nach oben auftrete. Die Performance nach oben auftrete. Der Markt, also der Euro gegenüber dem Austral-Dollar viel mehr hier schwächer tendierte. Und genau das ist die Situation, die sich eben hier auch fortsetzen könnte, wenn wir insbesondere auch auf Wochenbasis hier das Tief der Vorwoche unterschreiten. Gut, lassen wir mich kurz zum Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schnippen. Da hatte ich ja vorhin eine Vorstellung gemacht. Hier ist der Trade. Wir sind hier unmittelbar vor dem Take Profit. Aktuell sehe ich gerade. Das war der Trade, den wir im Stream gepostet haben. Hier hatten wir ja heute eine leicht schwächere Tendenz. Ich werde den Take Profit mal ein Stück weiter runterziehen, weil ich meine, hier geht durchaus noch ein Stück weit was mehr. Insbesondere hier Richtung Vortagestief. Tatsache ist heute hier der Freitag ja definitiv schwach beseelt. Das haben Sie hier gesehen schon im Stream-Beitrag. Und wie gesagt, ja, die Schwäche, die sich hier schon andeutet, eben mit dem Post im Stream mit Beginn der European Session, scheint sich jetzt hier tatsächlich weiter fortsetzen zu wollen. Also, weil dann Fall nach unten und hier Vortagestief oder in Richtung des Vortagestiefs könnte man hier Teilgewinne mitnehmen. Ich ziehe jetzt erstmal den Stop ein Stück weit, also den Take Profit ein Stück weit nach unten, weil das ganz gut anläuft hier. Sieht gut aus. Wie gesagt, grundsätzlich haben wir auch Potenzial bis 75,23 etwa. Das wäre die Average True Range, wenn die ausgeschöpft werden würde. Ansonsten hier erstes Ziel meiner Meinung nach hier 75,45. Und hier plane ich dann auch Gewinn mit Namen. Also, ich habe den Take Profit hier mit Absicht ein Stück weit höher gesetzt. Falls er jetzt hier radikal nach unten zieht während der Sendung noch, nehme ich halt hier den Gewinn mit. Warten wir mal ab, was passiert. Letztlich das Setup ist ja sehr schön angelaufen, genauso wie es hier auch geplant war. So soll es sein. Ob es jetzt hier beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar so kommt, das werden wir mal sehen. Aber wir haben hier, wie gesagt, gerade dargestellt, die Tendenzen, dass sich der Markt wohl hier weiter nach unten ausdehnen will. Und insbesondere, da verweise ich hier im Tagesschat eben auf die Situation, wenn wir hier das Tief der Kerze vom 10. März 1,44,67 unterschreiten sollten, dann wäre hier der Bärs durchaus in Richtung weiterfallender Preise zu präferieren. Und dann hat man hier eben neben diesem Support-Level bei 1,44,15 rund hier dann eben auch die nächste Zone von 1,37,50 vor Augen. Und das muss man eben mal abwägen, ob man hier das Potenzial bis dahin hat. Denn durchschnittlicher Gewinn betrug oder beträgt hier 401 Pips während dieser Zeit, während dieser Handelszeit. Das sind 16 Tage. Und wenn wir uns hier das mal vor Augen führen mit diesem 18.3., entsprechend 11.4., das ist kein langer Zeitraum. Diese Strecke hier dürfte für 400 Pips genügen und je nachdem, wo er eben heute schließt, das wollen wir jetzt mal nicht orakeln, aber je nachdem, wo er heute schließt, eben ist es möglich, wenn wir hier auch tief machen, 400 Pips, das dürfte eben sogar hier zum Bruch des Tiefs vom März führen. Sogar im statistischen Fall, sogar zum Bruch des Tiefs vom Dezember, was ergo reintrend folgend dann natürlich weitere Preisschwäche eben unter Umständen sogar in Richtung 1,38, 1,37,50 generieren würde. Also sieht eigentlich ganz interessant aus, als würde eben der Markt hier durchaus eine weitere Schwäche vollziehen können. Gehen Sie davon aus, dass das natürlich nicht geradlinig passiert, aber saisonal stehen die Chancen gut, dass eben genauso eine schwächere Tendenz hier an den Tag gelegt wird. Nach oben hin muss man sagen, wenn wir hier signifikant über 1,49, 1,50 wieder rausziehen, dann hat sich der Bias wahrscheinlich erledigt. Dann muss man wohl eher davon ausgehen, dass hier das saisonale Muster diesmal nicht zutrifft, aber das wie gesagt eher Plan B, weil der Bias aus meiner Sicht, aus meiner Betrachtung heraus doch dafür spricht. Sieht wie gesagt interessant aus, insofern halten Sie den Euro gegenüber dem Austral-Dollar mal im Auge. Der Neuseeland-Dollar gegenüber dem Yen, der hat nach dem Tief, was ja hier meine Take-Profits auch gewesen wären, jetzt ein Stück kleinen Move nach oben gemacht. Soll er ruhig machen, das Vortagestief meines Erachtens lockt hier insbesondere. Und auch, weil hier, das darf ich nicht vornhalten an dieser Stelle, weil wir heute hier wieder eine interessante Fuzi-Vektor-Logik auch zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar haben, gegenüber dem Yen wohl bemerkt. Und da habe ich hier durchaus am Freitag jetzt ein starkes Pattern, 67 Prozent, 85 Erscheinungen und hier im Schnitt, da sehen Sie auch das Tief, das liegt sogar unter dem Vortagestief, wird hier eine Schwäche im Bereich 0,76 Prozent erwartet. Und ja, das gefällt mir ganz gut, das passt im Prinzip zur aktuell auch angelaufenen Schwäche und insofern wollen wir doch mal sehen, wohin hier die Reise noch geht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal ein gutes Händchen heute am letzten Handelstag. Wie gesagt, wenn Sie mögen, heute Nachmittag nochmal das Webinar JFD Insight und bis dahin viel Erfolg bei Ihnen, was Sie angehen. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.